Diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. Juni 2016 bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung befindet sich in Hürth. 2003 wurde das Wohnhaus erbaut. Das Objekt verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Gästetoilette sowie einen Carport-Stellplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 71 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 745 Euro. Kontaktieren Sie uns! Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Tag 1 auf 8400 Euro reinfinkommen aus. Z Die Fläche sind offen der 2,070 Euro re concentrated aus. Vill er nicht vorwichtig 100 Euro stös scientifically funktioniert. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.